Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Test. Heute gibt es für euch die kubischen Kanonenschläge, 6 Stück von VECO aus Lidl. Die kosten 1,90 Euro. Sind eigentlich sehr billig, Bearbeitungen lässt halt zu wünschen übrig, aber auf dem Knall kommt es drauf an. Mal gucken wie sie so insgesamt sind. Kubischer Kanonenschlag von VECO. Die waren gut, die waren gut dieses Jahr.